Hallo. Hallo. Ich brauche ein bisschen Pink Noise. Wir haben leider nur noch White Noise auf dem Lager. Ja, dann nehme ich die White Noise mit. Es ist egal, ich brauche Noise. Ich hätte gerne 500 Gramm von den knackigen Heuerts, die ich da hinten im Regal sehe. Ja, die können Sie gerne mitnehmen. Die sind 8,95 aufs Mikrogramm. Es ist mir scheißegal, wie viel die kosten. Ich komponiere ein Stück für den Club. Wisst ihr, was das heißt? Nein, im Moment nicht. Ich bin Metzger. Ja, ich brauche nämlich ein viele Stück Boss. Hallo, ich brauche Boss. Wir brauchen 500 Gramm. Was? 500 Gramm. Was? 500 Gramm. Was? 5 Gramm. Was? Arschi, jetzt ist das schon Wir brauchen 500 Gramm Bass, 500 Gramm Bass 80 Gramm sind dies und einen starken High-Cut Ein 40 Gramm high ist gewaschen Gewürfel Schreuen sie über den Peak, ganz nach unserem Bedürfnis Nur in einer Hand von Snare ist er fein geschnitten Nicht vergessen, eine Briefe Pepe Pink Neue Schein zu kippen, wie wollen wir unser Bass? Wir wollen den Blutsdick Und wir saufen ein ganzes Fass Distortion Wir brauchen 500 Gramm Bass, 500 Gramm Bass, 500 Gramm Bass 500, 500, 500 100, 500, 500 100, 500 Vom Lebrun 50, 500 50, 500 hmael 50, 500 60, 500 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.